Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftsmonat für 2015 auf der Landwehrkanal zusammen mit Guten und Rock. Moin. Moin. Die will immer Nico sagen, aber das stimmt ja nicht. Ja, der ist ja leider nicht mehr dabei aktuell. Aber das wird sich dann denke ich im Laufe der nächsten Woche oder so ändern. Der wird uns hier bestimmt auch mal wieder besuchen. Ich wollte auch eigentlich mal Arctic fragen, der hat letztens noch davon geredet, dass er wohl... Ich glaube, noch mal mitmachen würde. Oh, der hängt aber ein bisschen schwer am Gas mit 35 Kubik drin. Boah. Alter. Hat einer eigentlich mehr Leistung als meiner? Ja. Ja, ne? Habe ich letztes Mal dann nachgeguckt. Ja, 10 PS Unterschied oder so viel ist das nicht. Der 6er ist einen Tacken schneller dabei. Aber Nico würde vermutlich sagen, dass der 7.000 da eh gedreht ist. Also, tu einfach so, als hättest du mehr Leistung. Dann fühlt es sich besser an, was du... Naja gut, 2.13 und 2.40. Naja. Nicht so der Mega-Unterschied. Und auch der Eco-Boost, ne David? Ja, Eco-Boost. Ähm, ja Freddy. In vier Tagen sehen wir uns, ne? In unter 100 Stunden. Also, Tatsache. Eigentlich habt ihr euch gestern schon gelegt. Vorgestern. Heftig. Ja, wenn diese Folge hier kommt, bin ich schon von der Farmcon zurück. Und ich habe mir den ganzen Montag quasi dafür reserviert, ein sehr, sehr schönes Farmcon-Video zu schneiden. Beziehungsweise genau genau euch vor zwei zu machen. Aber dafür dann... Dazu dann mit näher was. Beziehungsweise ich will jetzt nichts versprechen, was ich vielleicht am Ende nicht halten kann. weil es doch am Ende anders läuft, als ich dachte. Wahnsinn. Diese Wechsel. Ja, beschleunigen hat mit 50 Kubik und dem Schlepper nicht so ganz so viel Sinn. Deshalb bin ich einfach stehen geblieben. Was bei 7 kmh natürlich einfach eine Weile dauert, bis du an dem Wagen vorbeigefahren bist. Ich habe es bisher im Real Life auch nur so gesehen, wie du es gerade gemacht hast. Ich habe auch schon mal gesehen, dass die Stoff gegeben haben. Aber gerade wenn die mit... Es gibt ja auch so Häcksel-Überladewagen, so richtig krasse Dinger. Ich könnte mir vorstellen, dass man stehen bleibt, weil sonst sieht ja der Abfahrer den Häckslerfahrer nicht mehr und das ist suboptimal manchmal. Ja gut, aber der Häckslerfahrer sieht auf jeden Fall den Abfahrer über seine Pipe-Kamera, ne? Wenn er eine hat. Hat er nicht jeder eine. Also ich glaube, unser Big X hätte eine in echt, oder? Keine Ahnung. Obwohl, kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob man den dazu gebucht hat oder nicht, ne? Wenn man dann so Low-Budget ausgestattet hat, dann ist das nicht so gut wahrscheinlich. Boah, aber ich muss sagen, ich bin total euphorisch auf die Farm-Con. Wir kriegen auch noch ein kleines Geschenk. Weiß ich schon. Also ich. Ach du wieder und wir nicht, oder was? Ja. Aber davon haben wir alle was. Und vielleicht... Kann ich jetzt die Kamera behalten, die ich in die Hand gedrückt bekomme? Rediges Kameramann? Nico dein Mikrofon, oder wie? Ja, oder beide kriegen eine Kamera. Und über die LS-17-Präsentation, die darf wirklich komplett nicht gefilmt werden. Kein In-Game-Material von LS-17 darf gezeigt werden. Aber wir können drüber reden. Wir kriegen noch ein paar exklusive Feature. Also es wird so eine Mischung geben. Also es wird einiges auf der Farm-Con besprochen. Und es wird dann noch gleichzeitig an dem Wochenende ein paar neue Infos geben, die dann so den einen oder anderen YouTuber erreichen. Genau. Und ja, dazu werden wir dann auch über diese ganzen Sachen werden wir dann auch in dem Fall auch ein Video machen. Ein bisschen drüber reden, was es dann jetzt Neues gibt. Ich glaube, da werden sich die meisten dann drüber freuen. Äh, Rock, du müsstest ein bisschen näher rankommen. Wir sind jetzt bald bei 95% im ersten Silo. Echt? Schon soweit? Da haben wir doch nicht mal alles gehäckselt. Da sind 850.000 drin, ne? Ui. Also die Frage ist, wollen wir alles häckseln? Dann haben wir wahrscheinlich beide Silos randvoll. Oder sagen wir jetzt Körnermais? Ich würde häckseln, weil das cooler ist. Es kann sogar sein, dass gar nicht alle Felder oben reinpassen. Dann wird der Rest getroschen. Dann können wir auch immer noch was beim Hof reinhauen, ne? Ja, das ist auch so dick. Beim Kuhhof, da ist immer noch keine Silage. Und Mann, ich vergesse es immer wieder, dass wir den Spielstand gewechselt haben. Ja, die werde ich mal gucken, ob ich die wieder da rein gebastelt bekomme. Das war ein bisschen komplizierter bei den Silos, weil da musste man das ja immer auf die Trigger aufteilen. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ja, ich freue mich richtig drauf. Ich mittlerweile auch. Früher hast du gedacht, ja, nee, die ganzen Deppen sehen. Ja, nee, ja. Deppen. Bin auch mal sehr gespannt. Es gibt ja dann noch einige YouTuber, die man da treffen kann, die, also gerade so Leute, mit dem guten Carvon habe ich ja zum Beispiel ein Ankündigungsvideo gemacht für die FarmCon. Den kenne ich ja doch jetzt auch schon vier, fünf Jahre. Vier Jahre, glaube ich. Und jetzt kann man den guten Carvon dann auch mal live sehen, genauso wie den MacManias und den Sachsen-Let's-Player. Also die Bahn sollte ich reinkriegen. Das geht sich aus, ja. Ja. Und, ja, genau mich. Wer mich auch immer ansprechen möchte. Nico. Der größte YouTuber, den es gibt. Sawasock ist, glaube ich, auch am Start, was ich gehört habe. Der nimmt das OS-Gameplay-Material auf. Der ist der einzige, der LS-17 präsentieren darf. Für seine geilen Montagen. Wahrscheinlich fünf Minuten, bevor man es eigentlich dürfte. Ja, ich bin mal gespannt, wie das so wird mit dem LS-17er. Ich glaube, dass es vor allen Dingen viele, viele, viele kleine Sachen gibt, die sich ändern werden, zusätzlich zu den großen Sachen. So klingt das zumindest, was ich so bis jetzt gehört habe. Weil die ist da vorne los. Kriegst du das noch rein? Ja, ja, ja. 91. Kannst du dich an drei Viertel der Bahn stellen. Der Nächsten. An drei Viertel? Mhm. Wie da hinten? Ja, drei Viertel von vorne. Also hier ein Viertel oder drei Viertel? Steinchen, hau einfach ab und ich hexe mit dem Kollegen hier weiter. Seht zu, dass du Land gewinnst. beschleunig nicht, der kommt nicht aus wie Puschen. Da denke ich mir aber auch mal, wenn ich bei 50 Kubik Gas gebe, der braucht schon ein bisschen, aber ist ja auch realistisch, ne? So ein bisschen Gewicht ist da der doch schon. Ach Quatsch. Da wird die Anhäckselklappe hoch. Wieso? Weiß uns mehr, weil dann mehr reingeht. Ne, die muss runter sein, damit ich reingucken kann. Eigentlich hast du ja eine Waage drin, ne, bei den bei den modernen Ja. Da gibt's ja auch schon mal schnell Stress, wenn du überlädst, ne? Wurde mir zu wenigstens so beigebracht. Was? Wurde mir zumindest so beigebracht. Ja, ist aber auch, glaube ich, eine Sonderausstattung, die wieder nicht jeder hat. Kann ich nicht sagen. Ja, aber so wahnsinnig viel wird's nicht mehr kosten. Ja, doch, mindestens 12.000 Euro. Naja, wird schon ein paar Tausender kosten, schätze ich mal. Der muss dann ja irgendwie über die Achsen vom Anhänger das Gewicht ermitteln und dir das dann dann vorne im Terminal anzeigen. Also, ist schon ein bisschen Technik, die da rein muss. Ja, aber die Sensoren kosten, naja, ein bisschen was, aber ansonsten. Ja, aber du musst ja auch eine gewisse Haltbarkeit haben, ne? Ja, okay, klar, aber... Und ich glaube auch, dass es von der Berechnung her relativ schwierig ist. Du hast Stützlast auf den Schlepper ein bisschen. Ja, die kannst du ja auch messen. Ja, die müsstest du messen und jede einzelne von den drei Achsen. Und dann ziehst du noch das Gesamt, äh, das Leergewicht, das Hängers ab, wo gut ist. Naja, eigentlich musst du es ja wieder mitrechnen, wegen der Begrenzung, wie viel Tonnen du auf der Straße haben darfst, ne? Bei einem 50 Kubik kann das ja bald knapp werden. Bei einem 40er noch? Naja, gut, weniger, ja, klar. Erstdenken und reden, ne? Wobei, warte mal, was hat... Ja gut, Deiner ist generell relativ schwer, ne? Du hast doch den Abschieber, ne? Ja. Aber dieser Abschiebewagen, das war auch so eine Sache, als der 15er kam, hat man die schon extrem gefeiert, ne? Endlich Abschiebewagen. Mittlerweile findest du die gar nicht so geil. Ich hab's ja auch eigentlich nicht so oft benutzt. In dieser Acroliner Drehschemel eigentlich am besten, also, allgemein Drehschemel. Lassen sich zwar bekackt rückwärts fahren, aber, egal. Muss man ja nicht, ne? Musst halt nur wissen, wie, ne? Ja, aber es ist, ja, schwierig. Ja, ja. Ich glaube, zu diesem Feld muss ich auch nicht mehr zurückfahren. Langsam. Das ist durchaus möglich. Langsam. Ich werd doch noch voll. Da darf der Rock noch einmal hin und dann ist gut. schon ein ordentlich breites Schneidewerk. Ja, hat schon ein paar Meter. Was machst du da? Warten, bis du vorgefahren bist. Passt doch alles. Ja, nee. Doch. Alles gut. Okay. Ich werd die ganze Zeit voller. Noch kein Gramm verschwendet hier. Hört man diesen komischen Kläffer. Nee, ne? Nee, ne? Hört man diesen Kläffer im Hintergrund? Nee. Gut. Boah, heute ist eine Fahrschule vor mir gefahren. Das ging gar nicht. Sorry, also ich bin ja eigentlich ziemlich, äh, weil ich mir immer denke, naja, die hat ja jeder schon mal. Aber die hat mir halt drei Rotphasen gekostet an einer Ampel. Weil die auf der Rechtsabbiegerspur halt, äh, es ging zu ihrer Verteidigung gesagt ganz leicht bergauf, vielleicht so zwei Prozent. Aber auf jeden Fall anfahren am Berg war wohl nicht so ganz die Stärke von der jungen Dame. Auf jeden Fall hat die halt irgendwie viermal abgewürgt. Und hat dann halt auch immer ein bisschen gebraucht, bis die es wieder versucht hat. Und dann war halt wieder rot. Ach man, ich war schon stolz auf mich, dass ich es genau reinkriege. Wobei das Witzige war halt, am Anfang stand sie auf dem zweiten Platz und nach der zweiten Rotphase war sie dann auf dem ersten quasi. Ähm, und das hatte eine relativ, also die Ampel hatte bestimmt eine Minute Grünphase. Das war jetzt nicht so, bing, einmal rüber und gib hin. Sondern man hatte schon gut Zeit, aber die hat halt trotzdem drei oder vier Phasen gebraucht. Bis sie es um die Ecke geschafft hat. Und dann wurde es nochmal spannend, weil dann aus dem ersten raus, ich bin gefühlt noch, 200 Meter mit 15 kmh hinter der her gefahren. Das war schon mit das heftigste Fahrschulerlebnis so, was ich vor mir fahren hatte, haben, tu. Was ist denn das jetzt? Ich setze jetzt gerade auf Drehmoment. Hey, ich bin schon bei 37. Oh, es geht bergauf, 32, 30. Ja, gut, wenn du schon kommst, du kommst da gut hoch. Ja, aber ein bisschen langsamer wirst du schon. Ja, ja, aber du kommst immerhin schön hoch. Hm, es könnte sein, dass ich das Ding jetzt voll kick, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es mit dem Verlichten ist. Musste schauen. Ja, verdichten werde ich da noch eben. Kann der Freddy nach dem Feld mal eben so eine kleine Stulle sich rein dinieren? Eine Stulle mit Brot. Eine Stulle mit Brot, ja. Gehen wir eigentlich auch auf eine Aftershow-Party bei der Farmcon, Freddy? Machen wir mal den Dancefloor unsicher. Die Runde Upstep. Man muss das Ticket nicht aus. Ja, stimmt. Ja, ne? Man muss schon sämtliche Vorteile nutzen. Ja. Ich finde, wie so, also das Geile an der Farmcon ist ja, ich lese ja im Moment echt viel im Giants-Forum, das ist halt nicht so wie auf Gamescom, wo 99% der Leute vorbeigehen, sich das kurz angucken und sich vielleicht danach irgendwie ein halbes Jahr später daran erinnern, ob sie halt kaufen oder nicht, sondern da sind halt nur Leute, die wirklich viel mit LS am Hut haben. Und das finde ich halt irgendwie spannend an der ganzen Geschichte. Ja, und vor allen Dingen, die sich zu 100% kaufen werden. Ja, ja. Halt allein, was da an Modding-Teams los ist, ne? BM-Modding ist da, Vertex-Design, also eigentlich alle großen, wichtigen Modding-Teams sind vertreten. Ja, alle Namen hoffen. Ja. Okay, Silo ist voll. Welches Feld geht's danach? Ähm, könnt ihr euch aussuchen, am besten da, das lange, schmale, ne? Wölf, das ist weit weg. Was? Wölf, das ist schön weit weg von hier. Kannst ja danach hin. Oder Zwölf machen wir halt das Letztes. Böf. Ich würd sagen, wir machen 38, 37, oh, eins, zwölf. Also dann 38. Du hast drei vergessen. Wobei eigentlich wär sinnvoller, die 38 sind, die 12 zu häxeln, falls wir anfangen zu trashen, weil die Silos voll sind. Weil 12 zu trashen, lohnt sich ja nicht wirklich. Naja, lohnt sich generell nicht wirklich. Aber... Dann lassen wir es mit 38 beginnen. Boah, jetzt habe ich so eine miese Mücke direkt vom Monitor her. Geh weg da. Aber ich würde sagen, wir hören dann wieder morgen voneinander. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.